Um ein langes und vor allem gesundes Leben zu führen, müssen wir mit allen wichtigen Mineralien, Vitaminen und Nährstoffen versorgt sein. PQQ ist dabei eine besonders spannende Substanz, die zwar bereits in den 1960er Jahren entdeckt wurde, deren Funktion aber erst in den letzten Jahren besser verstanden wurde und die uns dabei unterstützen könnte, gesund alt zu werden. Mehr dazu direkt nach dem Intro. Bleiben Sie dran! Mein Name ist Dr. Fabian Mutach. Ich bin promovierter Biochemiker und Gründer von Selventrix. Und wenn Sie Inhalte zu Gesundheits- und Ernährungsthemen interessieren, dann abonnieren Sie doch jetzt diesen Kanal. Denn ich verspreche Ihnen eins, einfachere und günstigere Ernährungs- und Gesundheitstipps werden Sie sonst nirgends bekommen. PQQ ist die Abkürzung für eine Substanz mit dem unaussprechlichen Namen Pyroloquinolinkinon oder auch Methoxatin genannt. Die Substanz PQQ wurde bereits, wie erwähnt, in den 1960er Jahren entdeckt. Die chemische Struktur wurde dann aber erst Ende der 1970er Jahre entschlüsselt. PQQ wird von bestimmten Bakterien, hauptsächlich von Bakterien, Pflanzen und einigen Tieren gebildet. Man weiß schon lange, dass PQQ im Stoffwechsel von Bakterien, genauer gesagt in bestimmten bakteriellen Proteinen benötigt wird, damit diese richtig funktionieren können. 2003 wurde dann in der äußerst renommierten Fachzeitschrift Nature eine vermeintliche Sensation beschrieben. PQQ wurde in Säugetieren als sogenannter Kofaktor in Stoffwechselprozessen beschrieben. Und damit wäre PQQ im Grunde ein neues Vitamin. Und so wurde eben PQQ von manchen Forschern auch bereits als neues Vitamin in der Familie der B-Vitamine gehandelt. Kritik blieb allerdings nicht aus. Und so wurde diese Studie in der Folge wegen fachlicher Mängel eben stark kritisiert. Und PQQ ist heute immer noch nicht als Vitamin anerkannt. Einige Jahre später zeigte sich dann, dass PQQ auch bei Tieren eine wichtige Rolle im Mitochondrienstoffwechsel übernimmt. Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zelle und produzieren Energie. Und PQQ ist ein extrem starkes Antioxidant und wird in sogenannten Dehydrogenasen benötigt, damit die Energiegewinnung in der Zelle, insbesondere eben in den Mitochondrien, rund läuft. Es klingt plausibel, dass PQQ auch im menschlichen Körper wichtige Funktionen übernimmt. Die Frage, ob wir aber eine wirklich regelmäßige Zufuhr über die Nahrung zwingend benötigen, ist immer noch nicht geklärt. Eine, zumindest meiner Meinung nach, plausible Hypothese geht davon aus, dass PQQ in die Kategorie der sogenannten Langlebigkeitssubstanzen fällt. Diese Hypothese besagt, dass PQQ nicht zwingend regelmäßig benötigt wird. Wir müssen es also nicht täglich über die Nahrung aufnehmen. Langfristig gesehen ist es aber für unsere Gesundheit wichtig und notwendig. Und genau deshalb wird PQQ eben von manchen Forschern auch als Langlebigkeitsvitamin bezeichnet. Für diese Theorie spricht auch, dass bei Versuchstieren, insbesondere bei Mäusen, eine PQQ-arme Ernährung, das Wachstum der Tiere verlangsamt, zu schlechter Haut- und Haarausfall führt und auch das Immunsystem negativ beeinflusst. Die Menge an PQQ, die wir langfristig für ein gesundes Leben benötigen, ist bei Menschen immer noch nicht bekannt. Nichtsdestotrotz werden mittlerweile verschiedenste Nahrungsergänzungsmittel angeboten, die beispielsweise 20 mg PQQ pro Tablette enthalten. Gemessen an den Mengen, die wir über die Nahrung aufnehmen, ist die Menge in so einer Tablette aber wirklich extrem. Denn PQQ finden wir auch ganz natürlich in zahlreichen Lebensmitteln. Gute Quellen sind zum Beispiel Papaya, Kiwi, grüne Paprika, grüner Tee oder auch Petersilien. Und sie alle enthalten PQQ-Mengen von etwa 2 bis 3, eventuell auch 4, Mikrogramm pro 100 Gramm. Eine kleine Ausnahme bildet das Natto, also fermentierte Sojabohnen, die in etwa über 6 Mikrogramm PQQ pro 100 Gramm enthalten. Und auch viele andere Gemüsesorten enthalten PQQ, wenn auch in noch etwas niedrigerer Konzentration. Mit einer breiten, ausgewogenen Ernährung nehmen wir also regelmäßig PQQ zu uns, insbesondere mit einer pflanzlichen Ernährung. 20 Milligramm aus einer häufig angebotenen PQQ-Kapsel entsprechen eben 20.000 Mikrogramm und damit so viel wie in über 300 Kilogramm fermentierter Sojabohnen als reichstes natürliches Lebensmittel enthalten sind. Und daran alleine schon sieht man, dass die Menge an PQQ, die in Kapselform verkauft wird, zumindest zweifelhaft ist und nicht wirklich fundiert. Was bleibt vom Hype um PQQ ist eine wichtige Erkenntnis. Die Forschung entdeckt immer noch neue Substanzen und ergründet deren Funktionen im menschlichen Körper. Wenn Sie heute ein Multivitaminpräparat zu sich nehmen, im Glauben, dort seien wirklich alle, auch langfristig notwendigen Substanzen enthalten, dann ist das wohl ein Trugschluss. Für uns bedeutet das, dass nur eine vollwertige und ganzheitliche Ernährung uns langfristig zu einem aktiven und gesunden Leben verhilft. Wenn Sie interessiert sind, wie das funktionieren kann, dann besuchen Sie doch gerne unsere Selvendrix-Webseite, die ich Ihnen weiter unten verlinke. Und ich würde mich freuen, Sie auch im kommenden Video wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn es Ernährungs- oder Gesundheitsfragen gibt, die Sie brennend interessieren, dann schreiben Sie mir doch gerne auch einen Kommentar unten und wir machen dann ein gesondertes Video dazu. Bis dahin, Ihr Dr. Fabian Mutach